Dann macht jetzt mal Buße, ey! Dankeschön. Ja, das ist jetzt meine Bestrafung für den ganzen Tag. Ich fühle mich so hilflos. Aber das ist natürlich ein extremes Handicap für mich. Ich kann im Prinzip mit den Händen nichts machen. Schön tief reinschieben. Das hast du gesagt. Was war denn eigentlich mit Yvonnes Buße? Also 32.000 Schritte sind schon echt viel. Ja, vor allem, wenn man einfach nur steht. Das ist unten auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Yvonne hat, glaube ich, ihre Schritte noch nicht voll. Wie viele hast du? Wo ist deine Uhr? Hier. Ich muss noch 28. 1.000. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich es bis Mittag schaffen kann. Man will ja auch immer dabei sein, wenn die da so reden. Man will ja auch ein bisschen hören. Und dann hat man die Schritte wieder vergessen. Und alles ist wieder für den Arsch. Yvonne, komm, wir laufen vor Runden zusammen. Alles gut, sonst wird deine Strafe nie. Oh, anstrengend. Wow. Unser Wölkchen schwebt ja förmlich über den Schotter. Sag mal. Meint ihr, wir sehen das Schummeln nicht? Liebe Yvonne. Ja. Es ist Zeit. Deine Bußzeit ist abgelaufen. Ach du Scheiße, die hast du nie geschafft. Was auf deinem Schrittzähler steht. 28.183. Wenn 4.000 Schritte nur gefehlt haben, dann hat man nicht alles gegeben. Für mich ist es natürlich blöd, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, weil es haben ja wirklich nur 4.000 gefehlt. Da hätte ich echt nur 10 Minuten noch gebraucht und dann wäre ich durch gewesen. Du konntest die symbolische Buße nicht erfüllen. Deshalb wird das ganze Team bestraft. Schock. Scheiße. Verabschiedet euch bis zum Ende eures Aufenthaltes von Kaffee. Voll. Sorry. Das tut mir weh. Sorry. Sorry, tut mir leid. Ich bin Kaffee-Jungleer. Ich trinke 10 Tassen am Tag. Jetzt erst mal nicht mehr. Kaffee war noch so der einzige Luxus hier, den wir im Camp haben. Das ist auch wichtig, um in die Spiele gut reinzugehen und wach reinzugehen. Und das wurde uns jetzt auch noch genommen. Also es ist echt ein Albtraum gerade. Yvonne, du kannst aufhören. Ich mach trotzdem weiter. Nö, lass doch. Klar bin ich wieder schuld, gar keine Frage. So ist das Spiel fertig aus die Maus.